Dieser Mann in der marokkanischen Stadt Mecknes hat offenbar einen sehr aufmerksamen Schutzengel. Der Passant läuft nichtsahnend die Straße entlang, als plötzlich hinter ihm ein LKW ausschert. Der Truck verfehlt dem Mann nur um wenige Millimeter, kracht gegen eine Hauswand. Der unfassbare Zwischenfall ereignete sich offenbar am 29. Dezember. Der Passant kam ohne Verletzungen davon und feierte zwei Tage später wahrscheinlich die wichtigste Silvesterparty seines Lebens.